Jo Leute und damit willkommen zurück zu Downstuff mit dem Flash Mit Centus Ja Ich habe jetzt irgendwelche komischen Anzeigen bei mir an, die ich nicht wegkriege, keine Ahnung wieso das an ist Ja, wer Würd ich ja dann sehen, wenn du's gemacht hast Vielleicht weil ich falsch gedrückt hab oder so, keine Ahnung Das nervt grad so ein bisschen Warum hab ich deine Barthaare? Also nicht, warum du die aufgesammelt hast Oh nicht Ich find Winter sind die gut Anikomp Ich krieg die scheiße weg jetzt Ich nicht Ja, du kannst ja Wir können doch eben auch in der Stadt Guck da eben Nein, nein Lass, ist wieder In den Settings ist das bestimmt nicht drin Genau Die hab ich ja durch eigene Katastenkombination außerdem angemacht eben Ja, hast du denn gedrückt? Ich weiß auch nicht mehr, ne? Nö Das ist doch klar Wir hatten jetzt eigentlich noch Material, wir hatten bestimmt alles verpfeffert, oder? Ich glaub, ja Ey, geh aus, du scheiße Ja, sag ruhig Oh, mein Leben Ja, mein Leben aber auch Hm Dann brauchen wir auch unbedingt was zu essen Ja, ich brauch mir mal ein bisschen Holz Ja, das war wirklich glück Ja, das war wirklich glück Wir haben keine AA Du musst die ja mit AA bestreuen, damit die jetzt wieder aktiv werden Sozusagen Ja, passt schon Das passt schon Ich versuche immer, ähm, Blumen mit einzusammeln Nein Wozu eigentlich? Ähm, die, beim Sammeln, Christen zum Beispiel, äh, Gehirn Aha Ich glaub ich, ein oder anderthalb Aha Und du kannst dein Leben generieren Aha 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 Ich bin nur Ich bin ein freundlicher Mensch Du bist behindert Ich weiß Wir essen suchen überall Ja Kann man eigentlich ne Birdfalle bauen? Ach ja, schön Das ist gut Ich bring gleich mal Hasen mit Da war ja was, ne? Ja Ja, er hat mir ja viel aufgestellt Ja, du Ja, man, 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 man gibt Ja, ich weiß Setz hin, du Arsch Und man sollte immer so ein getrocknetes Fleisch bei sich haben Ja Ach Aber ich keine Ahnung, wie ich die Scheißanzeige wegkrieg Ja Bist du eben bei den Kontrols? Nein Keine Lust Ich eben schnell Kontrols Ba-ba-ba-ba-ba-ba Wenn du ein Tori Watsache Ähm Oh, jetzt trägt das natürlich Ja Ein klein bisschen Buglock kann es ja nicht sein, ne? Na, das ist einfach nur die Ping-Anzeiger und alles Vor allem oben links, unten links und unten rechts Es wird dunkel BTF Ja Oh nein Und ich würde sagen, wir bauen uns mal irgendwo ein zweites Lager Ja, wieso? Also sprich, ein klein Wald drumherum mit, weiß ich nicht, mit Holz oder so Und da mal, wenn wir doch ein bisschen weiter gehen sollen, darfst du da nicht so immer ein bisschen nach Hause laufen müssen Ja, ja, kann man später machen Man kann sich auch wieder Belebungsdinger machen, ne? Weiß ich nicht Doch, doch, kann man Habe ich beim Mimim-Stream gesehen Hau ab Killer-Bien Ich glaube, die wäre man da sammelt Und im Leibbiener Hattest du jetzt alle Dinger nachgeguckt? Hm? Habe ich wieder neu gesetzt, solche Okay Das ist jutt Ja Da Muss man ja auch Maschenloch Und Betten wollte ich machen Oder zumindest so ein Ding Ach ja Ging ja auch, stimmt ja Fuck Oh, ich fasse es immer Da ist unser Haus Ich komm nach Hause Ja, ich komm bald auch nach Hause Muss ich auch Ich muss jetzt noch was zu essen machen Äh, doch Sammeln auch von Fend Wo waren wir denn? Ach, ganz am ganzen Welt Auch schon mal hier Wollen wir das gleich bei mir dunkel Das ist das Problem So, Fleisch Fleisch Ich muss hier gewinnen Geh ich mal zwei Neuer an Boah, ja, leck doch mal wieder Und ich koche Oh, ich muss mich beeilen Ja, du müsstest dich beeilen Ja Ich bin da Hab genau rechtzeitig noch geschafft Gerade Man konnte es Achso, so konnte man Moven Okay, mit SDRG kannst du stacken Also, dass du es halbieren kannst Das habe ich jetzt gerade gemacht Habe ich, äh In dein Fleisch rein Ach, weiß ich schon Hier in der dritten Kiste Wo ich jetzt vorstehe In dein Fleisch rein Was du kriegst Was war mein Leben Rinder gehen Mit den ganzen Blumen Ja, mach mal Das Ding ist doch was handelt hier Oh, Essen ist fertig Ja Gab's nur Beeren Hatte ich ja mitgebracht Was anderes hatte ich nicht Da Jetzt war Essen ist oben bei dir in der Truhe drin Jawohl, bam Wir brauchen unbedingt einen Kühlschrank Äh, ich glaube das gibt es Den Kühlschrank gibt es glaube ich doch noch gar nicht Ich glaube doch Man wäre ja armselig Wenn das noch nicht mit drin wäre Warum soll es denn den geben Ich glaube es gibt ja noch dieses Wigens of Giants noch gar nicht Dieser Mod hier drin Da gibt es auch noch keine Kühlschränke Aber das ist ein Two-Gaser, hallo Da ist das mit den Mod dann generell egal Nee Das ist ja aus dem Mod Achso Boah, Biene, Alter Ja, aber trotzdem glaube ich ist das egal Gegen den Mod Biene heißt Hab ich eigentlich Oh, ich hab kaum Werkzeug mit So, die Gehner gar nicht Stimmt, ja Wollte noch Aber erst mal Essen holen Oh ja Genau Kochen In welcher hattest du reingetan? Die dritte Also links ist die erste Und dann Welches ist das? Trockene Fleisch? Ja und Das, also was Das oben Wobei wir halt Essen Das hab ich dir mitgebracht Zack Da hat er das reingetan Das, das drin Ja, ich hab erst mal ein bisschen Alles reingeschmissen Wir haben scheiße, drei Stück Wollte ich für ein Feld benutzen Achso Naja Ähm Wir waren nicht Ich muss nochmal zu den Schweinen hin Aber da wollte ich jetzt ein bisschen Essen ansammeln Ich mach das auch da mit rein Eine Birdtrap Ah ne, da fehlen Spinnenweben Genau Hm Wollte ich einen zugemacht Wenn ich mich mit den Schweinen anfeuere Freunde Wolltest du? Weich, okay Na, Fishing, what? Okay Warum ist das denn da? Irgendwem Trout haben wir uns Abbrauen Hm? Abbrauen die Sau Eine Schaufel wollte ich mitbauen Ah Die Lagerbauer Du kriegst das sie nun nicht Das ist das Problem Nee Er ist später mit dem Bummering oder so, ne? Ja, genau Boah, wie viele fette Frösche sind denn hier? Baue ich mal irgendeine Wollte nicht Wollte nicht Sind die alle so fette wie du? Hehehe 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 Wow, jetzt kommen gleich alle Hehehe Okay, einen Frosch habe ich gefangen Okay Hehehe Hehehe Sack Nee, jetzt sind sie glaube ich nicht mehr Akro, oder? Hehehe 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 Seil Wofür brauchte man denn Seil? Hehehe Hehehe Das Penn Agro Ich kann nur euren Freund aus dem Käfig holen Der habe ich mir ehrlich erarbeitet Ich habe mich einfach alle geschlagen Hehehe 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 Bist du gemein Der Fall angeht den drei von den Single, ja? Sag ja, du bist gemein Ne, warum? So kann man schnell die Fische fangen Ich habe einen Hut Halt Gitte Ich habe einen Halt Nud Nud Halt